... ... Hallo und herzlich willkommen zurück bei Donkey Kong 64. In der letzten Folge haben wir mit Tiny den Wunderwald abgeschlossen. Es fehlt nur noch Lankys goldene Banane. Kriegen wir nach seiner letzten Fähigkeit. Und jetzt geht es erstmal zu Troff und Scoff, den Boss des Wunderwalds, platt machen. So, wie viel wollt ihr denn überhaupt? 300! Juhu! Ui, 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 ui. Ah, es hat noch nicht viel gebracht. Okay, Nester. Wir nehmen mal wieder gelbe Bananen. Die gab es lange nicht. Außerdem sind das gleich 100. Ja, Schmatz, Schling, Fress, Schluck, Rülps. Mann doch, Mann. Okay. Äh, Lanky, hast du noch ein paar? 90, naja. Das klingt so widerlich. Ach komm, da kannst du doch eigentlich schon ran, oder? So, Diddy, du noch den Rest. Hast auch 100, also. Das ist echt wegen 25 Bananen. So. Boss time. Chunk, hm? Ah ja. Auch einer meiner liebsten Bosskämpfe. Na los, du Riesenfeiglinge. Okay. Ach. Den Ort kennen wir doch. Hehehe. Lebst also noch Dogadon? Uiuiuiuiui Na schön Komm schon Ihr Wetter schön Hat aber nichts aus der alten Taktik von mir gelernt Na komm Mieser alter Drache Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui machen. Ho, ho. Na los, weiter. Komm schon. Wo bleibst du denn? Au. Na siehste, geht doch. Oh. Ach du Scheiße. Bis dahin kommt die Wand. Shit. Hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Ah. Drei TNT-Fässer abbekommen, aber der ist noch nicht erledigt. Nein. Hast gelernt, wie man einsteckt, ne? Oh, stimmt. Toll. Die Arena versinkt in der Lava. Jetzt spielt er auf Zeit. Aha. Na schön. So, Freundchen. Wir haben aber auch ein paar neue Tricks auf Lager. Tricks, deine Schnauze. Ich kann das den ganzen Tag kumpel. Oh, es kommt schon. Er bleibt nicht ewig betäubt. Der hat gesessen. Es dürfte auch reichen. Alter, Doggadon. Ja, du breinst ein bisschen. Puh. Okay. Kann man irgendwie sehen? Oh, also viel Spielraum hatten wir gar nicht mehr bei der Arena. Hohoho. Die war schon kurz davor zu versinken. Nice. Okay, Schlüssel Nummer 5. Gut. So, wir bringen jetzt erstmal den Schlüssel zu K-Lam-Z. Und wir haben immer noch keinen Move für die Platte hier. Naja. Kriegen wir ja noch. So. Lasst mal hier runter. Ey, das war schon im Wasser. Geht das immer noch als Flak? K-Lam-Z. Ja. Na schön. Erstmal den Schlüssel. So. Das ist Nummer 5. Man freut sich wieder ein bisschen mehr. Ach, der öffnet gleich wieder zwei Welten, ja? Oh. Okay. Zwei Welten geöffnet. So, und jetzt, wo wir blaue Schalter aktivieren können, werden wir nochmal in die Lobby vom Aqua-Albtraum schwimmen. Nicht wegen dem Blaupausen-Heini von Chucky, nein, weil es da einen blauen Schalter gab. So, hier. Ah, ja. Und so wie viel ich mich erinnere, gab es ja auch für Tiny noch ein Schrumpffass, damit sie da durchkommt. Ja. 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 Haha, okay. So. So, erstmal wieder. Och. Einfach nur grob eine Banane. Und schon geht's zurück. Es war simpel. So, das hätten wir erledigt. Die Blaupausen holen wir uns alle mal noch später. Äh, Donkey. Du gehst wie immer als erstes in die Lobby und in den Level rein. Nee. So, und wie es aussieht, brauchen wir wieder den Teleporter 2. Denn da, wo das Ohr der Insel war, ist Level 6. Die Insel, die zerstört wurde, dagegen ist der Zugang zu Level 7. So. Magst du jetzt nur, ob wir da auch bequem reinkommen. Ist nämlich ein bisschen ungünstig hier. Uff, gerade so. Okay. Oh. Uiuiui. Ja. Man erkennt schon, was das für ein Level wird, oder? Genau. Ein Lava-Level. So, Chunk. Erstmal ist die Lobby dran. Na, komm schon. Die Eiswände aufprügeln. Der Schalter braucht was, was auch ständig auf ihm draufsteht. Okay, durch die Lava hier könnte man wirklich denken, dass das ein Lava-Level wird, aber... Nee, 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 nee. Oh. Lankies, Blaupausenmann. Das lässt du bleiben, Freundchen. Lass uns ja jetzt mit dem Felsen abhauen. Wir stellen den nämlich auf den Schalter. So, komm. Hopp. Ah, das war nur für die Rinkly Kong-Türen. Na gut. So, dann gab es aber da noch ein Fass. Ein Donkey Kong-Fass. Wow. Hör auf damit. Blöder Kremlin. Ja, vor einem unbesiegbaren Donkey rennt er weg. So, mit Donk. Donks Unbesiegbarkeit kriegen wir die goldene Banane da hinten. Okay, jetzt fehlt ihm nur noch die Blaupause hier an den DK-Inseln. Ah, da sehe ich noch einen Diddy-Fass. Erledigen wir auch noch. So, hier rum. Ja. Ah, hier oben. Ah ja, die Banane. Hey, wo fällt die denn hin? So, auf ihm fehlt nur noch die Blaupause. Ja. Ja. Gut. Und hier rauf geht's zum Level. Wie viel will er haben? 65? Puh. Äh, das könnten wir locker verdoppeln, wenn du willst. Mach schon. Zeig mir die Banane. Wir haben's hinter uns. Schon gut, schon gut. Weg mit dir. Gut, Leute. An der Stelle mache ich jetzt wieder einen Cut. Und in der nächsten Folge betreten wir Level 6, die Kristallkaverne. Also, bis dahin. Tada. Tschüss. 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 Tschüss.